Äh, 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 so! Was, wieso? Ist schon wieder? So! Ist schon wieder! Oh, ein Orangener Ball! Oh! Ist das ein Basketball? Der hat Orangene! War der saftig? Wow! Willkommen zurück bei Ib und Ob! Genau! Mit dem Ib und dem Ob! Yo, yo! Ich bin der Hip-Hop, äh... Machste Ib-Op, yeah! Ich bin der Hip-Hop See-Igel! Oh! Entschuldigung! Erster Gegner überhaupt! Tanzen, ja! Erster Gegner und ich sterbe! Ist schön! Äh... Äh... Ja, wir müssen jetzt beide hier... Was? Das ist schön! Wir müssen jetzt beide erstmal... Ich muss dich erstmal da, verstehst du? Wie man zerfällt, als wäre man aus Konfetti! Verstehen Sie das? Ich verstehe! Gut! Dass ich den hier beseitigen muss! Sie müssen hierher kommen! Meine Güte! Naja... Müssen sie nicht! Ist eigentlich egal, aber egal! Aber egal! Ja, so geht's natürlich auch! Eigentlich egal! Aber egal! Springste rüber! Aber egal! Uhu! Wup wup! Mops! Mops! Wie Mops! Ich habe nichts mit Mops gesagt! Äh... Äh... Lass man da rüberspringen, oder? Oh! Oh! Ich beseitige die mit dem Leben, ne? Ach, ist egal! Oh Mann, ich will das auch mal machen! Oh Mann, ey! Ich heiß nicht Manni! Das ist von der weh, ey! Ja! Selber Mann, ey! Ich krieg's nicht! Nee, du kriegst es nicht! Ich krieg's einfach nicht, Manni! Du krieg's nicht hin, Manni! Oh! Uh! Flederfläuschen, Mäuschen! Ah! Hey! Willst du mein Fledermäuschen sein? Kommst du mal rauf hier, bitte? Flederfl... Nein! Einfach nur nein! Was hast du denn da eben gemacht? Ha! Das war lustig! Hey, Blüder! Geh's nach links da, bitte! Elfenstapel hier! Elfenstapel drauf, so! Oh! Ich hab' nicht gesagt, ich kockte dich! Gott gestößen! Stößen vor allem! Bobs! Stößen sie! Bobs! Uups! Oh! Hoppla! Wir haben so'n Ditt gemacht, junger Mann! Ich weiß es nicht! Das war interessant! Oh, man kann aber wirklich schön durchspringen hier! Ja! Äh, wir sehen nun... Wir sehen nun nach rechts nicht so wirklich viel, ne? Guck mal! Hui! Oh! Entschuldigung, ich wollte eigentlich durchspringen! Ja, ist kein Problem! Es war nicht meine Absicht, äh, eine Mauer zu errichten! Du-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di! Äh... Wuh! Das war sehr knapp! Oh! Cool! Äh, hüpp! Bobs! Bobs! Wollt ministere Punkte! Und jetzt? Kann's jetzt... Links drüber? Ja! Ne, jetzt nicht mehr. Naja, doch! Oh! Huch! Hä, was mach ich denn hier? Ich, Entschuldigung. Ich kann einfach nicht aufhören. Die weißen Dinger, oh Gott. Ich glaube ich häng jetzt, das war jetzt, kannst du, du... Nee, 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 du musst da nichts rüber. Nee, 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 nee. Ja, aber ich kann doch nicht mehr. Ich kann nicht mehr, du musst jetzt alleine klarkommen. Was soll ich denn jetzt machen? Boah, weiß ich doch nicht. Ja, sterben vielleicht. Ach so, jetzt auch. Ach nee, das geht sogar, glaube ich. Nee, dann. Wie habe ich das nicht gerade gemacht, dass ich da drüber war? Aua. Oh. Ich glaube, ich habe einen sehr skilligen Schwung gehabt eben. Möglich. Ja. Doch, es geht. Hey, warum bist... Wir können jetzt hier einfach rüber springen. Wir können jetzt hier einfach rüber springen. Meinst du so, oder was? Au. Ungefähr so. Ja, wir haben... Wir haben jetzt lange nicht alle Punkte mitgenommen. Ist doch scheißegal. Nein. Doch. Du hast... Oh. Äh. Genau, ich war oben eben. Eben oben. Ja, ich war da ja auch gerade oben. Das geht eigentlich ganz einfach. Huch. Hoppla. Kommst du durch, oder? Was machst du? Ja, Moment. Ich kann auch noch links hier, ne? Guck mal hier. Äh, ich könnte einfach dann nach oben... Soll ich dann mal nach oben, ne? Wollen wir mal hier... Wenn du es kannst. Ich kann eine ganze Menge. Ah. Vielleicht doch nicht. Wahnsinn. Ah. Ich kann eine ganze Menge. Nur das nicht. Was erwartest du auch hier? Geht das... Geht das... Vielleicht... Nee, äh... Wenn du... Nee, wenn du... Ja, genau. Ia. Ia? Wieso bist du ja jetzt nicht gerade rüber gesprungen? Warum sollte ich da rüber springen? Ja, um sie ja kaputt zu machen. Ich... Ja, ich... Gänse mich mal hoch hier. Jetzt geht hier der Scheiß wieder los, ey. Ach nee, ey. Schwung und so. So ne Kacke auch. Wer macht denn sowas? Wer holt denn heute noch Schwung? Mal ernsthaft. Okay, ich kann von... Von hier aus, Kaman, hier raus springen. Kama? Soll ich da mal runter, Kaman? Ey, äh... Warte mal, ich... Mit einem Test, Kaman. Genau, hier kommen wir... So, ja. So. Dann bleiben sie da drauf einfach. Da oben ist ne Blase, ne? Die Blase hat nix zu bedeuten, oder? Nee. Ja, was hilft uns das denn jetzt hier? Ja, nix. Ist schön. Äh... 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 Einer musste nach rechts, glaube ich. Ja. Und denn? Boah, dann kann der andere da nicht hin. Das ist aber logisch. Da oben waren auch Punkte. Ne, ne, das bringt nix. Versuchet ja nicht erst. Versuchen sie das ja nicht erst, junger Mann. Hier kann man aber rüberspringen vom Abstand her. Ja, das ist gut. Das heißt... Äh... 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 Kommen sie mal durch hier. Ich weiß nicht, was das bringt, aber das ist bestimmt schön. Jetzt bist du nämlich der, der was tun muss. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. Nicht weglaufen hier! Hey! Ich spiel ein bisschen mit dem Ball! Nein! Wir brauchen nicht noch, also ich brauch dich noch. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so geht, aber ich brauch dich noch. Äh, das ist aber lieb. Jetzt kann man hier nach links durch. Können wir noch ganz vielleicht nach links hier. Ne, ne, ne. Äh... Nö. Da fliegt wieder ein Stück Käse rum. Trage mich soweit du kannst. Ja, vielleicht doch nicht. Das waren wir nicht sehr weit. Was kannst du denn eigentlich? Ich finde das lustig, dass man sich da so hochschleudern kann, ne? Mhm. Wollte ich mal erwähnt haben. Das klappt super gerade mal. Einfach durchlaufen. Ah! Oh! Kann man hier unendlich, äh... Jumping-Gespedigkeiten? Hä, wie bist du denn da hochgekommen gerade? Ne, ich bin gelaufen. Hier. Nee, nee, nee. Hier unten nach oben. Dann nehm ich dann von hier, äh... Da so. Bleib doch mal da. Ja, und dann. Komm mit. Ja, das ist ja die Sache. Hast du gemerkt, ne? Äh... Magst du dich auch mal drauf kommen? Merkst du aber? Darauf kommen! Ja! Dann spring! Nach rechts! Ah! Ich möchte gerne in die Blase da oben rein. Oh! Guck mal! Guck mal! Ist das die tatsächlich zum Blasen da? Ne, die ist... Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ich war da gerade drinnen. Irgendwie nix. Das war knapp. Aber doch, das wird's wahrscheinlich sein, ne? Ja. Dann blubbelst du da oben rum. Dann kann ich dann nach rechts auf den Blubbeln. Ne, ich kann nach rechts auf den Stift. Spring nach rechts, bitte. Geht das? Ha! Ha! Oder hab ich... Okay. Muss ich da noch... Drei, zwei, eins. Warum geht das nicht? Bin ich zu kantig? Ich meine zu spitz vielleicht? Drei, zwei, eins. Ha! Ah! Nein! Doch! Kommen Sie nochmal her! Und dann kann ich auf die Spring-Plattform springen. Das ist unglaublich! Und ich kann dann von... Hä? Äh... Ne, Moment. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Ja, ja. Ah, die Blasen. Dass die uns nochmal wieder begegnen würden. Hätt schon gedacht. Ah! Ich komm jetzt aber nicht auf die Plattform drauf. Doch. Ne. Bis... Äh... 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 Warum eigentlich nicht? Kannst du nicht nach ganz links da gehen? Und dann, äh... So wie ich das einst tat... Nochmal wechseln hier. Ich komme hier nicht hoch. Stimmt. Na doch, du kannst auf das... Ja doch! Geh mal auf den... Auf den Stift. Und denn? Nein, links. Hoch springen. Und dann, so wie vorhin auch. Hä? Mit Durchfall und so. Ich meine mit Durchfall... Warum nicht? Na, es geht einfach nicht. Dann kannst du nochmal hoch springen. Du musst mit Anlauf machen, dann springst du weiter. Wo kann ich hoch springen? Links da. Mit Anlauf. Hier links da oder was? Ja. Und denn? Ja, noch weiter nach links. Oder ist das Bild dann zu Ende? Ja, aber das bringe ich ja nicht. Ich komme trotzdem hier nicht hoch. Ja... Nee, aber da sind ja eigentlich die anderen Dinger da. Hier komme ich nicht hoch! Nee, ich weiß. Aber da links sind doch... Da haben wir doch das... Da bin ich doch eben auf die andere Seite gekommen, ne? Ja, aber du bist hier nicht hoch gekommen. Ich muss doch hier hoch. Das ist ja egal. Nee, ist das nicht! Ach, mein Ohr, ey. Ähm... Hatten... Nee... Müsste ich da jetzt nach rechts durchspringen? Oder was ist da jetzt gefordert? Du siehst gerade aus ein bisschen wie ein Käppi. Wie ein Hut von dem Typen. Ach, dafür sind die Käppis da. Das sind eigentlich alles Aliens, die bei den Leuten auf dem Kopf wohnen. Mit so Beinen hier. Hm. Wenn du von dem runter springst nach rechts in das Kraftfeld, dann kommst du nicht bis zur gelben Fläche. Nee, das ist viel zu weit. Da unten ist noch ne Blase. Guck mal. Ja stimmt, dann kannst du da rein. Jetzt springst du runter rechts. Uh! Ja! Ah! Eierdein! Das musst du doch erstmal sehen, dass da noch was ist. Das ist aber sehr... Ich glaube, ich hab die sogar schon mal gesehen irgendwann. Aber... Das ist egal. Und ich springe in 3, 2, 1. Das war aber ne kurze... Also die Pause danach war länger als der Takt vorher. Ja. Magst du mal oder wollen wir tauschen? War ein Achteltakt mit der Viertelpause. Wat? Du bist ne Viertelpause. Ha! Au! Hm! Ah! Ah! Uh! Uh! Er ist gerade weggelaufen. Oh, ich hab's gemerkt. Der Penis. Also kein Penis. Also mal ein bisschen kantig dafür. Du wüsstest! Da verhakt man sich doch. Na, mein Penis hat auch zwei kleine Beine. Piep 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 piep. Du meinst deine eigenen Beine. Oder was? Bist du eigentlich nur ein laufender Penis? Richtig, genau. Die Ladies nennen mich auch den laufenden Penis. So, nein. Nicht Loverboy, sondern Lauferboy. Ja. So. Das war total lustig. Du schaffst das. Ich muss ja nach rechts kommen, Jo. Hocka! Ich bring's in die Blase rein. Ja, ja. Und jetzt? Komm! Tu's! Und jetzt? Ich bin drin, was mach ich denn jetzt? Ich hab keine Ahnung. Achso, wir bist jetzt... Ne. Wir werden schon wieder nicht unendlich... Na doch, na klar. Ja, warte, 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 warte. Du kannst einfach nach rechts sein. Hey! Woo! Oh, sogar Deluxe! Jetzt kannst du einfach hier rüber springen. Hatten wir den Zustand nicht vorhin auch schonmal? Ne. Oder? Ne, hatten wir nicht. Da war ich da links unten. Da war ich... Links unten. Wir hätten den Schwung noch ausnutzen können. Ja, scheiße. Egal. Aufgeschissen. Hull! Ball! Goal! Ah, scheiße. Kopf! Ah, Kopf! Halt deinen Kopf doch nicht immer für so einen Quatsch hin. Ja! Ah, ich muss das glaube ich lang. Das ist richtig... Das ist richtig! Hast du irgendwie ne Macke oder so? Nein. Ah, der springt mit. Guck mal, der ist dicker als ich. Oh, Moment. Ne, das geht gar nicht. Was? Er ist dicker als ich. Er ist dick, oh. Ja, aber der hatte trotzdem noch die Energie. Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Was tut denn nun? Das hat ja echt mal auf den Kopf. Ich versuch das gerade. Achso. Ist auch cool ne? Warum geht denn das? Hä? Ja, jetzt mach mal ehrlich. Warte. Mach nochmal. Oh. Du weißt schon, dass da auch Gegner sind, ne? Ja, ja, nee. Ah. Hm. Hä? Hä? Was ist das denn? Ne, lass mich da... Da muss glaube ich... Ah. Verstehst du? Checkst du kannst, hast du. Ja. Oh. Ähm. Kannst du da auch nicht... Ne. Bringt auch nichts. Ne, du kannst nicht auf mich drauf springen, ne? Hm. Du springst auf jeden Fall nicht mehr hoch. Ja. Oh. Hm. Das ist ja ganz schön und so, ne? Aber... Ne. W... 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 verst, was ist los hier? A derece... Ähh... Einen stehen lassen. W ... Was willst du stehen lassen? Ach, nix. Gucke mal Rempel Du meinst du als Antrieb oder was? Ja und wenn du wieder vorbeikommst dann erstmal voll durch Ja aber How do we do it? Achso, Moment Hier steht der also auf dem Schild Ne, wenn's denn da... No trespassing Was? Kein Reisepass Ja Entschuldigung Hast du mich einkalt ermordet? Rache ich Magst du dich mal auf mich drauf stellen oder andersrum Bitte? Ich stell mich mal Okay Das ist aber nicht gut Und wenn ich jetzt nach links hier dann rauf springe Rückspringen Dann darfst du da nach rechts springen Ich hab's verstanden Es war anders geplant als gedacht aber Oh, Entschuldigung Ich wollte es tatsächlich anders machen Wie wolltest du es denn? Aber ich weiß es nicht, anders Aber so ist es auch schön gewesen Äh Ich glaube Da musst du dann nach rechts springen in dem Augenblick Yeah Hast du gemerkt, ne? Oh Oh Wie so ne Wasserbombe Lang nicht mehr gemacht Wasserbombt Ah, warte mal Äh Die müssen ein bisschen warten Hier Jetzt Äh Du musst dann auch direkt nach rechts dann zurück Oh yes Tausch mir nochmal Tausch mir nochmal Tausch auf einmal Tausch auf einmal Tausch auf einmal Na Irgendwie bin ich nicht nach rechts gefogen Ich hab's gemerkt Es wird so ähnlich funktionieren aber ist egal Um sich funktionieren aber ist egal Um sich funktionieren zu beschwichtigen sag ich mal Es war meine schuld Das war zu langsam Natürlich wird das funktionieren Haa Du kommst dann vom Schwung her Müsstest du dann da oben hinkommen können Meinst du? Oder du bleibst erstmal dann Äh also Hä, wir haben jetzt jetzt getauscht Haa 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 Das ist ein Reflex Ich glaub ich kann nicht drüber springen Geh du wieder nach oben Na 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 Natürlich geht das Äh Haa Haa Au Du kannst doch rüber springen aber es ist Ich muss halt früher nach Dann wieder Ich meine auch du kannst damit rüber springen Nein Nach rechts Meinst du? Ich meine schon wenn du sofort springst müsste es machbar sein Nein Aua Entschuldigung Ich hab für dich Aua gesagt Aber die Rätsel werden echt nicht einfacher Ja Ja Voll rein Das war schön Au Ich muss echt Ich darf nicht so ich darf nicht in seinen Bereich rein In seine wilden Fänge Oh Oh Deluxe Oh Nein Du musst dich da Lass mich da erstmal drunter durch dann Lässt du mich da drunter durch? Ich hol ihn runter für dich Okay Moment Das klang falsch Au Ich kann ihn nicht runter holen Ja Wenn du nicht oben bist Oder so Das war falsch Lustig Sie sind erwachsen und so Oh Ja Bleib da Bleib da Mach nichts Beweg dich nicht Und Ah Das kann so schön sein Wenn das alles gleichzeitig klappt Ich kann so schön sein Danke Nein Das wollte ich jetzt nicht sagen Kommt nochmal Ich bring dich da mal hoch Ich bring dich ganz groß raus Äh Ne Gehst du in die Linie nach links Das ist auch ne Möglichkeit Ich hätte dich ja nach links gelassen da Ist eigentlich egal Irgendwie blöd Äh Was? Was? Ne bleib da Bleib links oben Ich bleib hier Wir müssen uns hochschaukeln Äh Oh Ja nochmal Okay Oh Entschuldigung Ich werd zu früh Ah Wow Das geht aber Ja 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 Nochmal Nochmal Hör mal Hör mal Ich werd doch jetzt auch mal versagen dürfen Achso Entschuldigung Ich kann nicht Ich spring mal zu früh Einmal versagen Einmal versagen Nicht mehrfach Was machst du denn? Haben mir den Stirn gekratzt Ich spring jedes Mal auf diesen gelben Ding Du sollst doch nicht mit der Stirn springen Ja ne komm Äh 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 Versuchst du dich am erweiterten Alphabet oder was? Äh Z Nää Das wär lustig Müsste man Z Y Z Man kriegt per Zufallsgenerator immer vorgeschrieben welchen Buchstaben man zu grölen hat Z Z und Y ist echt blöd dann Bist du noch da? Ja Machst du vielleicht doch nochmal mit oder wie ist das? Äh Alter das ist noch so ein Ding was ich wenn ich mal Kinder habe wenn ich das meinem Sohn oder meiner Tochter beibring Wenn ich das Alphabet lerne Lass den jetzt funktionieren. Warte, okay, jetzt. Dein armes Kind. Jetzt spring ich zu früh hier. Ja, kein Problem. Du musstest schon weiter gehen. Ich merke gerade meinen Mundwinkel ein bisschen. Nein. Entschuldigung. Ich habe nicht getroffen. Ich habe auch über das Ziel hinaus geschossen. Oh, das war knapp. Was war das für ein Fühlen-Fühlen-Geräusch? Du klangst wie ein Alien. Aus Half-Life. Okay. Ich glaube, ich brauche nach diesem Display erstmal Urlaub. Hier ist es egal, dass jemand nach oben geht. Ach, guck mal. So. Ich komme. Oh. Aua. Sind wir jetzt beide geschoben an der Gegner? Nee, du, du, nur du. Nee, du warst auch schon gut dabei, sag ich mal. Oh, ich habe mich verfallen. Mein Verfall ist da. Da. Du solltest da nicht stehen bleiben vielleicht. Es gibt doch auch hier die Nudeln, die Verfalle heißen. Ja. Ich verfalle mich auch sehr oft. Es gibt auch Falafel. Stimmt. Einer von uns darf das, glaube ich, hoch. Springst du dann nach rechts. Okay. Okay. Das hat funktioniert. Ich falle. Punkte. Na na. Na na. Na na. Na na.